Christian Lindner, der Finanzminister Deutschlands, schlägt einen Plan vor, der seiner Meinung nach die Wirtschaft und den Immobilienmarkt verändern wird. Hier sind die Hauptideen dieses Plans und ihre möglichen Auswirkungen auf die Immobilien. Erstens die Bürokratie auf Pause setzen. Lindner schlägt vor, die Einführung neuer Regeln, die das Geschäft und den Bau behindern, für drei Jahre auszusetzen. Mit anderen Worten, Deutschland wird vorübergehend aufhören, Gesetze zu erlassen, die das Leben der Bauherren erschweren. Dies könnte dazu führen, dass der Bau schneller und einfacher voranschreitet und neue Häuser in größerer Zahl entstehen. Wenn alles gut geht, könnten die Preise für Wohnraum etwas sinken und es wird viel mehr Bauprojekte geben. Natürlich ist das Theorie, denn Regeln und Deutschland sind wie Kaffee und Morgen, sie lassen sich schwer trennen. Zweitens Umweltfreundlichkeit, aber ohne Fanatismus. Deutschland entscheidet, wir werden nicht der einsame Held im Klimakrieg sein, anstatt zu versuchen, bis 2045 ein ökologisches Land zu werden. Wie geplant, schließt sich Deutschland dem Zeitplan der EU an und wird die Ziele bis 2050 erreichen. Dies wird die Belastung für Immobilienbesitzer verringern. Jetzt werden sie weniger verpflichtende Ausgaben für die Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden haben. Das bedeutet, dass alte Häuser nicht an Wert verlieren werden, weil dringende Modernisierungen erforderlich sind. Drittens Steuererleichterungen für Unternehmen. Der Minister schlägt vor, die Steuern für Unternehmen einschließlich der Körperschaftsteuer und des Solidaritätszuschlags zu senken. Das bedeutet, dass den Unternehmen mehr Geld bleibt. Dies könnte Unternehmen dazu anregen, sich zu erweitern und die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien zu schaffen. Berlin als Zentrum für Unternehmen und Start-ups könnte eine Belebung im Büro- und Business-Center-Sektor erleben. Dies ist auch ein positives Signal für den Mietmarkt. Mehr Unternehmen, mehr Arbeitsplätze, mehr Menschen, die Wohnraum benötigen. Die Pläne von Christian Lindner zur Reform des Arbeitsmarktes zielen darauf ab, dass mehr Menschen arbeiten möchten. Dies könnte zu einem Anstieg der Nachfrage nach Mietwohnungen führen, insbesondere in großen Städten wie Berlin, wo die Arbeitsplätze konzentriert sind. Wenn die Zahl der Arbeitsplätze steigt, wird die Nachfrage nach Wohnraum, insbesondere nach Mietwohnungen, zunehmen. Aber die Frage ist, ob der Markt genügend neuen Wohnraum anbieten kann, um die Nachfrage zu decken. I. 5. Trend zu grünen Häusern Lindner setzt auf Umweltfreundlichkeit, aber auf eine vernünftige Umweltfreundlichkeit. Immobilien mit niedrigem Energieverbrauch und grünen Technologien werden gefragt sein. Berlin wird mit seinem progressiven und umweltbewussten Publikum sicherlich zum Zentrum der Nachfrage nach solchen Objekten werden. Diejenigen, die grüne Wohnungen anbieten können, werden in einer vorteilhaften Position sein, da die Mieter bereit sind, dafür zu zahlen. Was erwartet uns also? Wenn es Christian Lindner gelingt, diese Reformen durchzusetzen, könnte sich der Immobilienmarkt in Deutschland, insbesondere in Berlin, wie folgt verändern. 1. In der kurzfristigen Perspektive, 1-2 Jahre, könnten wir möglicherweise eine Beschleunigung des Baus und das Auftreten neuer Objekte sehen. 1. Anstieg der Mietpreise und der Nachfrage sowie Interesse an Gewerbeimmobilien. 2. Langfristig, in 3-5 Jahren, wird der Markt stabiler werden, die Steuern werden sinken, es wird mehr grüne Gebäude für Unternehmen geben und die Preise für Wohnraum werden nicht so schnell steigen. Wenn es Lindner gelingt, seine Ideen voranzubringen, hat Deutschland die Chance, ein Land zu werden, in dem Wohnraum erschwinglicher wird und Unternehmen ohne zusätzlichen Druck wachsen können. Das war's für heute. Bleiben Sie bei uns, abonnieren Sie, liken Sie, teilen Sie und kommentieren Sie.